Das GPS-Auge in ONE V2 ist die Telematik-Lösung, die das Beste aus zwei Welten vereint. Eine robuste Hardware und eine cloudbasierte Software. Ganz egal, welche Informationen Sie sich aus Ihrer Flotte übertragen lassen möchten, ob es sich um GPS-Positionen, die Restlenkzeiten, sämtliche Canvas-Daten, E-Mails, unterschiedliche Dateien, den exakten Tankfüllstand, die Geschwindigkeit, den Spritverbrauch, das Fahrtenbuch und vieles mehr handelt. Kein anderes System ist in der Lage, seine Daten so präzise, schnell und sicher zu übermitteln. Ein weiterer Vorteil ist zudem die sehr günstige Flatrate, die alles umfasst. Lifetime-Updates garantieren ständig neue Funktionen. Der GPS Explorer ist die cloudbasierte Software mit Vollausstattung, mit der Sie Flotten jeder Größe und Branche souverän steuern. Hierzu zählen Speditionen, Taxiunternehmen, Baufirmen, Kurierdienste und viele mehr. Managen Sie Ihre Flotte im Moment des Geschehens, bleiben Sie permanent mit Ihren Mitarbeitern in Verbindung und informieren Sie Ihre Kunden automatisiert über die aktuelle Position, den Lieferstatus oder die jeweilige Temperatur. Ganz nach Ihrem Bedarf. Das GPS-Auge in OneV2 ist die Lösung, die Ihnen massig Zeit und enorm viel Geld einspart. Denn sie bietet Ihnen die gesamte Welt der Telematik out of the box, auf höchstem professionellen Level und ist sofort einsatzbereit. Eine nachhaltige Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens, die sich sehr schnell bezahlt macht. Das GPS-Auge in OneV2 ist die하겠습니다.